Jo, lass mal Grüße von mir, von Instagram und schreib mal auch sagen, fünf Sachen von der Bundesliga. Du hast selber gesagt, erstmal FC Bayern München hat ein großes Stadion, viele Leute, Fans reinkommen und jetzt kannst du Nummer 4, heißt Bruder Dortmund, auch liken und bitte abstimmen, kommt da und auf Facebook hinstellst. Und dann lassen wir mal liken, ja, ein paar Wörter und Glocke kubieren und jetzt geht es weiter, München, Lampach, auch vieles und alle andere Rampfort auch und alles dabei und Schalke und Werder Bremen, auch nett ist, auch gefallen, jetzt lassen wir mal unten ein paar Wörter ablassen und abonnieren und ja, lassen wir mal grüßen und von mir und ciao.